Du weißt ganz genau, dass du aus der Oberpfalz kommst, wenn der letzte Satz von deiner Frau war, entweder ich oder der Hund, wenn deine Frau ihre roten Nägel mit Autolack in Schuss bringt und wenn der Abschiedskuss von deiner Cousine länger als zwei Minuten dauert, dann und nur dann bist du vielleicht ein Mausbüffe. Vielen Dank.